Der weiße Westen mag weiße Westen Und die Kante mit der Glatze reinigt sie am besten Meister Propper und seine Bagage Gehen an die Grenzen, um vorm Einlauf zu bewahren Weich gespürt, trägt sich die Seitenstraße Leider erst beim Nachfühlen wie steuerhafte Ware Aber weil's günstig ist und grad im Trend Kaufe ich mir noch das letzte End Für meinen Wäscheständer Ich konsumier mit Spaß in den Voll Weil er sonst noch ne Erkältung bekommt Guck mal an meinen Wäscheständer Mir wird von klein ganz groß Je nachdem wie viel Grad von feucht nach trocken ist Von feucht nach trocken Und wenn doch einmal zu heiß gewaschen wird und die Wäsche ihren Erd-Tage-Komfort verliert, dann ist das keine Frage, war nur eine Ausnahme. Man brescht seine Hände in Unschuld, dafür steht ja auch die Marke. Nimm leicht gespürt, trägt sich die Seidenstraße erst, bei genauen Nachfühlen wie schleierhafte Ware. Aber weil's günstig ist und grad im Trend, kaufe ich mir noch das letzte Hemd. Für meinen Wäscheständer, ich konsumier mit Spaß, häng ihn voll, weil er sonst noch ne Erkältung bekommt. Guck mal, mein Wäscheständer, der wird von klein ans groß, je nachdem wieviel grad von feucht nach trocken muss. Von feucht nach trocken muss. Von feucht nach trocken muss. Unsere Marktwirtschaft sei sozial, auch wenn mit Macht ist doch egal ob Sache viel. Und die Moral wird den globaler Gerne-Firmen überlassen, das hat stil. Und bisher ja auch sehr gut funktionier, wenn er Profiträger geht. Das macht mir ganz gut. Eröffner wurde nicht. Eröffner wurde nicht mehr auf dem Weg. Ich habe mich mehr auf dem Weg gemacht.